Willkommen zurück. Wir haben einen Anrufer in der Leitung. Hi. Eine andere Realität. Wir sind in einer anderen Realität. Ich war da, Aske. Ich war da. Ich denke, ich befürchte, wir müssen jetzt leider zu unserem nächsten Anrufer wechseln. Nein, ich nicht auf. Ich bin Jakob. Jakob Stipper. Mit wem spreche ich da? Erinnerst du dich nicht? Ich kannte deine Schwester Idach und ich weiß, wieso sie verschwunden ist. Mit wem genau spreche ich? Was du Aberglaube nennst, ist Realität. Das steht alles im Buch. Wir müssen uns treffen. Wer ist da? Ich war da. Ich sah sie verschwinden. Was willst du? Ich weiß, was passiert ist. Hallo? Hallo? Hol ihn wieder. Hol ihn wieder. Ich dachte, ich sollte abbrechen. Nein, ruf ihn. Ruf ihn nochmal an. Verdammt, ruf ihn nochmal an. Ruf ihn. Ruf ihn nochmal an. Ruf ihn nochmal an. Ruf ihn nochmal an. Ruf ihn nochmal an. Vielen Dank.